Hi Jungs und Mädels und meine Damen und Herren aus YouTube, willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben gestern zusammen in einem YouTube-Livestream auf die Nintendo Direct reagiert. Und was soll ich sagen? Ich habe keine Worte. Hier ist einfach meine Reaktion zu der Direct. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Highlight zu der Nintendo Direct war. Und abonniert unbedingt diesen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, es sind nur ein paar Klicks. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß mit meiner Reaktion auf die Nintendo Direct. Ja, zeig mir wieder Sonic Superstars. Oh, das hat so gespielt. Yes. Oh, das sieht so cool aus. Boah. Oh, wie cool. Oh, das sieht aus wie so, als ob das so ein Mix aus Sunny Colors wäre. Es hat einen Multiplayer. Es hat wirklich einen Multiplayer. Kombiniert eure Power und zieht den schweigen Dr. Ego. Wenn Sonic Superstars auf den Nintendo Switch dieses Autum launchert. Oh. 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 What. Oh my God. No, jetzt Mario. Mario RPG. Oh my God. Hey, das sieht so gut aus. oh mein gott wie hübsch das aussieht ich glaube es nicht das ist so cool und anscheinend mit richtigen cutscenes auch das ist so cool 17.11 oh krass das kommt noch die höhe wow okay das ist sowas von gespielt ist das jetzt ist das ein peach game hey ihr könnt doch nicht teasern ey wisst ihr wie cool es gibt ein peach game was passiert hier gerade hallo ja aber die können nicht einfach die können nicht einfach teasern was macht ihr ihr könnt doch nicht teasern überall auf dieser welt gestreifen monster das land und ein dunkler prinz das ist dragonquests Das sah nicht aus wie Dragon Quest. Was? Also tut mir leid, auf den ersten Blick sah das null aus wie Dragon Quest. Ja, das ist Dragon Quest. Dragon Quest Monsters. Oh krass, das sah null so aus. Der so-called Hero ist hier. 1. Dezember 2023. Also du zähmst jetzt Monster? Oh, was kommt jetzt? Pikmin, Pikmin, Pikmin! Welcome to the Rescue Corps. As its newest recruit, you'll venture to a mysterious plant with all sorts of lifeforms. There, you'll meet plant-like creatures called Pikmin. And the adorable rescue pup, Ochi. Zeus. Your mission, should you choose to accept it, repair the Damage Rescue Corps spaceship and save any castaways you find. Alright, let's explore. Together. Ohhh, wie cool! Once plucked, if they are ready for action. Blow your whistle together and gather them and then follow you. Throw your little buzz at things and they'll start working for you. Ochi will also prove to be a great canine companion. He can carry items with Pikmin. Huh! Or smash obstacles in your way. And if you need a flotation device, well, there you go. Is that geil. Und das sieht ja auch noch so gut aus. You need to stand up to the wildest creatures. Collect lots of treasures. Gayboy? Was? And open up new areas to explore. Exploration isn't limited to the surface, though. Why not take the plunge underground? Here, a completely different environment awaits. Oh, wow. Oh. Native creatures. And even more treasures are around all corners. Oh, wie cool! You might unexpectedly find some castaways, too. Die Strandete? Oh, muss man die retten? Hey, wait a minute. Wer ist er? Ein was? Ey, du, 1v1-Szene! Das ist cool! Ja, Musik beim Tageswechsel, das war beim 3 auch so cool. Hoffen wir, dass das auch wieder drin ist. Oh! Nachtexpedition! Oh, sind die cool! Das sind so geister! Ah, und die greifen die, okay. Ich versteh's schon. Oh, was ist das? Many more surprises await in this uncharted planet. But with the Pikmin and Ochi by your side, no challenges too big or too small. Du bist sogar in so'n, so'n Haus bist du drin? Pikmin 4 Oh, geil! Also, kannst du auch während du in nem Level bist nachts werden auch? Weil diese Anzeige zeigt, zeigt dir oben an, wann es, also wie lange der Tag geht und die Nacht. Ich tröne es schäfer, weil du auch noch mal da, weil ich euch das nicht beschäftige. Ja? Pikmin 2? Was? Die wöntelige Teile kommt für die Switch! Wow! Was? Ey, das könnte nicht bringen! Das könnte sie nicht bringen! Oh! Oh! Was? Für die Switch eine Collection? Oh! Splatoon eSport! Okay, ich dachte gerade! Okay! Hey! Splatoon eSport! Wie wär's mit Smash? Aber ist cool! Oh! In Frankfurt, Germany! Wir haben nach Frankfurt! Oh! Oh! Okay, das Pokal ist cool! Das ist sehr cool! Das ist sehr cool! Und Mario Kart Wave! Mario Kart eSport! Was? Was? Es kommt Mario Kart eSport? Ja! Welle 5! Auf geht's! Oh! 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 Wiggler! Wiggler! Und Tirana! Comic! Bro! Das ist eine Welle! Drei Charakter! Drei Charakter! Und acht Strecken! Und acht Strecken! Wow! Wow! Das wird ja die beste Welle ever, oder? Von Mario Kart! Oh, wow! Das sieht sehr geil aus! Let's go! Wow! Oh, das ist so ein... So ein Octopas Traveller-like Game! Wow! Aber in... Aber das ist cool! Uh, das wird gespielt. So viel Dialoge. Hä, wie cool das aussieht. Also das Kampfsystem auch. Boah, auch mit den gezeichneten Charactern und alles. Star Ocean. Das sah nicht schlecht aus. Das sah sehr gut aus. Wario! Yes! Nice! Neues WarioWare. Halt die neue Kontrollen. Dann Aktion. Okay, what? Beweg deinen Körper, um ein flusses Lichter-Fast-Mikrogames zu nehmen. Neues Wario. Und wie du movest, depends on the Mikrogame. Reaktiere schnell mit dem richtigen Bewegung. Und du bist auf der Weg zur Krieg. Excellent! Was war das? Das war das. Sync auf deine Aktionen, um alle Mikrogame zu verletzen. Plus, auf die vier Spieler können es leben. Oh, geil! Ich liebe Wario. For example, this dicey board game is gonna keep you on your toes. Get your body moving in over 200 lightning-fast-mikrogames. Geil! In WarioWare, move it! Launching on Nintendo Switch November 3rd. Ja, Nintendo hat's nicht so mit Online-Corp. Die hängen immer noch an Couch-Corp dran. Das verstehe ich auch nicht. Ich sag jetzt schon, das wird gememt. Das wird gememt. Ich glaub meinen Augen nicht, was ich gerade gesehen hab. Und hier werden, um alle Informationen zu machen, die von Zelda-Kindern von Zelda-Kindern bestellen. Das ist wirklich gut! Oh! Wow, Ganondorf. Okay, bitte, 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 bitte. Letzte Ankündigung. Es ist ein neues Mal. Mario Bros? Wow. Was ist das? Oh Mann, das sieht ultra schön aus. Wie knuffig und so schön. Und neue Power-Humps. Was passiert hier? Boah, was? Ach du Kacke. Was? Hä? A Wonder Seed. Super Mario Bros. Wunder. Es kommt neues Mario Bros. Oh mein Gott. Es wird aber auch Zeit, oder? Ist das knuffig. Geil, sehr geil. Ich wusste, es muss ein neues Mario kommen. Sehr geile Direct. Mit Daisy? Warte, Daisy? Und Yoshi's! Hey! Hey! Mario Bros. Wunder. 20. Jahrzehnt? Wunder. 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 Lange! Wunder aufwandern, Wunder. Ist das ein Elektrom? War Mario gerade ein Elefant, oder? Aber ich will das... Hab ich mir das eingefültet? Warum kann Mario zu einem... Was? Was? Ich dachte wirklich, die zeigen was zu selten, ne? Aber es kommt ein neues Mario. Ich dachte wirklich, es kommt ein neues Zelda. Weil die sich so bedankt haben. Ey, aber was ne Direct. Wow. Ey, die war cool. Keep going. Dann c –